Musik Hey Leute und willkommen zum zweiten Teil von unserem Dragon Ball Super Card Game Cross Spirits Booster Box Opening Wir haben gestern die ersten zwölf Booster schon geöffnet im letzten Video und heute die letzten zwölf Booster, also 24 gibt's, gestern die Hälfte, heute das andere Wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, hier rechts oben kommt ein E, da drückst du drauf, kommst zum ersten Video und dann hier beim zweiten reingucken, denn dann weißt du auch, da Anna, dass was drin war als unser Box-Trupper Richtig, müsst ihr aber ins erste Video schauen, wir verraten es nicht Ich verrate auch nicht, was wir gezogen haben, wir gehen einfach rein in den nächsten Booster mit Genki-Dama-Power Ich hoffe, du bist auch bereit, da Anna Ich bin bereit für Vegetas Bereit für Vegetas Ich war gespannt, was wir heute noch rausziehen wäre, denn ich weiß auch nicht mehr den typischen Durchschnitt Wie viele S-Rares man zieht, wie viele Special-Rares und so weiter Also lass ich mich überraschen und beginne schon wieder das Opening mit einer Videl für Evadour Perfekt Wie im letzten Video, die gleiche Karte, oder? Ja, ich glaube auch Leute, Evadour, sei gegrüßt Ah, der Kleid-Cheer hat man nicht den Zugleid noch nicht, ne? Diese riesigen Augen Ja, diese Klubschers Alter Ganz, ganz krass Oh ja, Leute, die meisten Karten haben wir schon gesehen, so wie die hier, ne? Also die überspringen wir ein bisschen schneller Im ersten Video haben wir sehen uns in Ruhe eingeguckt Schaut da gerne rein Und auch noch habe ich erklärt, was so in dem Display drin ist und so weiter Alles im ersten Video zu finden Oh ja, der sieht aber sehr, sehr unglücklich aus Ja, aber ist das ein Grund, unglücklich zu sein? Weiß nicht Er sieht schon cool aus, als ich würde es wahrscheinlich unglücklich sein Aber man möchte ihn irgendwie aufhalten Ja Krillin hat sein Schnauzbart verloren und seine Nase Denjinan Das wird unsere Reverse Holo Ein Zangoko mit Fussi nach oben ist unsere Reverse Holo Kammernkarte Haut mich jetzt nicht so um Nee, nee Aber dahinter, vielleicht ist was dahinter Oh mein Gott, was ist das denn? Die habe ich gar nicht gesehen auf Card Market noch Ein S-Rare Dr. Gero und Dr. Miu Wann haben die sich bitte getroffen? Loll? Da erinnern, weißt du die? Egal Nee, aber wie gesagt, die Filme sind schon so ewig her Ich könnte mir vorstellen, dass es schon wieder ein Film war Krass Auf jeden Fall hat er eine S-Rare, sieben am Gold-Effekt Kein Specialer, aber echt schön Loll, ich hätte es nicht mit zwei Schnauzbart-Brüdern gerechnet, ne? Aber ein tolles Tech-Team Irgendwie cool, ja, ich bin gerade voll überrascht Ich habe noch gar nicht gesehen Ich habe halt die meisten Karten gesehen, aber nicht alle Weil ich es mir vorher angucken musste, um zu überlegen Wie viele Displays wollen wir diesmal aufmachen? Und wir haben uns gemeinsam entschieden Für ein Display deiner Weil eben so viele Karten da drin sind, die wir jetzt nicht unbedingt haben wollten Letztes Mal hatten wir das 100er Opening bei Supreme Rivalry Mal gucken, was im nächsten Set uns erwartet Aber diesmal ein Display nur Aber es gibt wahrscheinlich auch wieder so extra Videos, nennen wir es mal so, ne? Mit noch weiteren Booster Packs Aber Display bleiben wir diesmal bei einem C-17 Oh, Vegeta, der den Po wackelt Super, ich mag den Sporzai schon für Vegeta Ich auch Und den Goku Sehr schön Ah, 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 ah Na, 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 na Haben wir nicht gesehen Ah, den finde ich noch immer cool Minuspunkte Ja, den finde ich noch immer cool Ich mag C-17 Auf viele Artworks Der normal C-17 ist hier drin Mehrfach Der Super C-17 ist drin Schon krass Videl wieder für Eberdor Als Leader Zuerst Langhaar Ja Dann kurz, ha Und dann mit dem Vollidioten zusammen Ha, ha, ha Okay, der Siaman Schönen Oh mein Gott Ich zieh echt ne Videl Great Siaman Du hast ja grad gesagt Und dann mit dem Vollidioten zusammen Da braucht sie natürlich auch ihr Outfit Ja, mal guck's euch an Wenn die nicht ein Traumpaar sind Dann weiß ich auch nicht deiner Wenn beide so blöd sind und sich freuen Hm? Du bist ein bisschen fisch Ja, die passen dann gut zusammen Und, uh, eine Rare Vegeta gibt's auch noch Ne, okay Es gibt so viele Vegetas, ne Locker Fünf, sechs verschiedene Ja, aber ich find die Vegetas da drin Toll Also ich find auch die GT Vegetas echt Ja Für deiner, wie gesagt Kann's auch ein komplettes Display nur aus Vegetas sein Ja Hört euch nichts dagegen Glaubst du das erste Mal, glaub ich Dass du dann ein Display kaufst Wahrscheinlich Wie, da sind nur Vegetas drin Ich nehm drei Ja Hier ist der den Mund zu weit aufreißt Ja Stopf ihm was rein Ja Oh man Bu, der Gotenks absorbiert hat mit diesen komischen Geistern Die Musikbox Vegeta natürlich Jiren ein bisschen erwachsener Seine Mützchen Sein Gokko aus dem Turnier der Kraft Noch ein Vegeta Sehr schön Check Ja So ein Gott sind ein Kleiner, mach ich sehr gerne So ein Gott den Groß Ich find den Kleinen cooler und Ich will mich verarschen Du hast das irgendwie heute mit Videl Was ist ja los Das Die Karten wissen einfach, wie sehr es mir auf die Nerven geht Ich kann Also ich mag Videl jetzt nicht unbedingt hier Also nicht Videl ist schon cool Aber ich mein jetzt den Siamen würde ich jetzt hier nicht ziehen Haben wir dahinter was cooleres? Ja Es ist ein Hit Der Hit ist für mich cool Ein Hit ist ein Hit Ein Hit ist einfach ein Hit Und ja man hat hier in den neuen DSP Natürlich keine Holo Rare mehr garantiert Sondern du musst der Glück haben Und sie hier ziehen Als vorletzte Karte Oh das Booster ist einfach so geil Die Karte gibt es ja auch als Special Rare Wollte ich nochmal anmerken Booster komplett zerritten Guck dir das an Ich hab's komplett geöffnet Das ist im Arsch Weg mit dir noch Ich mag das Booster hinter mich zu werfen Das mache ich bei Opern Und längst total gerne Ja Luch dann werfe ich die Rappet ab Ich hab ganz Schwertchen mit seinen zwei Sieht lustig aus übrigens Jetzt fällt mir das auf Den flöten Den finde ich auch geil Den denke ich auch als HoloKarte Den finde ich richtig richtig schön Diesen Lieder Der überlege ich mir auch Wenn ich ihn nicht ziehen sollte In das HoloKarte zu kaufen Finde ich sehr sehr geilen Lieder Ja Sehr schön aus der Guckus Superseite 4 Auf jeden Fall Schon wieder Siamen Schuhe Angst Da gibt's auch einen Goten dazu Ja Ui Piccola haut hart rein Oh Go hat die nächste Liederkarte Die ich mir gerne als Holo hätte Zack Zack Hoppla Die war rutschig Die war rutschig Shenran Goku Wie geht's natürlich Wie geht's Was heißt das Kommt jetzt im Go Geht's Nein Das erstmal kommt ein Freezer In Holo Und dann Buh Alles klar Ich nehm dir ein Vegeta Ich nehm dir ein Buch Ich find der Vegeta hat auch ein tolles Artwork Viele Vegeta hat ein tolles Artwork Vor allem die als Holo Das sieht sicher geil aus Oh Das Problem ist ja Dass alle Karten hier Cummins An Cummins Und Rare Karten Können ja in Holo sein Und alle Sehen in Holo Halt einfach besser aus Und deshalb will man natürlich auch Alle in Holo ziehen Oh Das stell ich mir schon geil vor Ist schon geil Oh ja Deiner Wir gehen rein Und wer erst mal ganz komisch anguckt Creepy Das creepy Das ist einfach creepy Weg damit C17 Und schon wieder Die ist die Universum Elfkämpfer Also abgesehen von Topo Chiro und Dyspo Die kannst du alle knicken Die interessieren ja eigentlich auch nicht Die sind da Das ist komisch Genau Das ist das komische Art Wo ich die Karte so ausgeblichen Irgendwie finde Ich weiß nicht warum Man sieht es ja im Vergleich Komische Farben Ich weiß nicht Die passt irgendwie nicht rein So ein Gürtzen Also unser Kickmeister Den wir vorher gezogen haben In Holo Wiederholt Natürlich Aber trotzdem riesiger Unterschied Auch wenn mir die Holo Karte Auch nicht so gut gefällt Nee Das hat mich nicht so geil Riesige Aufwertung Ah ja Auf jeden Fall Das auf jeden Fall Ja Das ist wieder wieder Dann haben wir Uh Die Sekretärin Ich mag sie Die mag ich auch gerne Dann haben wir Ui Die gut sind Die sind auch krass aus Ja Alter wie die Glitzer Schöne Reverse Was versteckt sich dahinter Im Super Saiyan 4 Oh die ist schön Die ist schön Ah wie gesagt Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Bin ich schon zufrieden Mit dem was ich gezogen habe Aus der ersten Hälfte Ja da war viel Geist dabei Aber ich bin noch so überrascht Oh Brody Was ist noch drin sein kann Die 17 Dr. Mio Der da hinten auch mit drauf ist Ja Die Schnauzbandbrüder Der Kleine vom Tapion Den Namen ich mir nie merken kann Nö Nicht wirklich Nichts gesehen Weg damit Uh wieder besser Wegeta Der Lederhose Was schon wieder weg Nochmal Wegeta Und das traurige Röschlöchchen Und Oh ii Auch schön Nehmen Hast du schick Yeah Xenoverse Sozusagen So ein Koko Ah schön Das ist voll Ah ist die Geile Ah die ist geil Sieht halt echt faul aus Auf jeden Fall Den haben wir Oh mein Gott Eine Special Rare Videl Ey Vator Hallo Ach du Scheiße Eine Special Rare Videl Ich fress ein Beben Das ist der A Voll ins Gesicht Alter Alter Das ist krass Also irgendwie Du willst Evador heute ehren Oder Ich weiß auch nicht Sieht so aus Die ist echt schön Die Videl Muss man wirklich sagen Ich bin nur eines sagen Schade Das ist unsere zweite SBR Hier ist Hashtag Spoiler Weil es erst der Opa nicht gesehen hat Das heißt ich glaube Wir können nicht noch eine ziehen Bedeutet Ich kann euch heute leider nicht Diese neuartigen Karten zeigen Weil nur bei den Unison Karten Ist links und rechts Ist jeder ganz viel Gold Und dieses Gold Ding Ist so geriffelt Das hätte ich euch so gerne gezeigt Aber leider haben wir bisher Nämlich aus dem Display Zwei Special Rares gezogen Was der Durchschnitt ist Und leider ist keiner davon Eine Unison Karte Schade Schade Aber Videl ist echt eine schöne Karte Kann man nicht meckern Die sieht echt gut aus Mit der Rauchwolke Und Evador freut sich Evador wird sich gerade ärgern Und im Kreis laufen wahrscheinlich Er wird sagen Gib sie mir Ja Das ist aber echt schön Ich mag es Sehr sehr schön gemachte Karte Kann man nicht meckern Sehr geil Nehme ich gerne mit Auch wenn mich natürlich Wie gesagt Die neuen Unison Karten Sehr interessieren Aber Wie gesagt Wir werden noch weitere Booster Aufmachen Auch wenn wir kein Display Mehr öffnen werden Seid da auf jeden Fall gespannt Und ja Und sonst Zeige ich sie euch irgendwann In den Videos Von meiner Sammlung Weil ich werde ja alle nachkaufen Die mir fehlen am Ende Und dann werde ich sie dann sehen Die Brauchen wir als Holo Hard So ein Gohan und Krillin Als Tag Team Ich sehe ihn Eindeutig zu oft Deiner Eindeutig In dem Set Ja Buchchen Der Drach ist auch sehr nice Super zu 17 Auch sehr schönes Lieder Ui Auch wieder hier Hier ist natürlich jetzt nicht so der Unterschied Mit dem weißen Feld Unten Aber trotzdem Viel viel schöner In Holo Ist es immer schöner Alles ist schöner Piccolo Klin unserer Glatzenmann Und Ui Aufeinandertreffen Der Beiden Das hat aber auch was Durch diesen Kreis Ja Der da gebildet wird Auf jeden Fall Ja Sehr schön Und dahinter haben wir Ein Rear Chirin Oh mein Gott Ist das sauer Guck mal wie sauer das Alter Ich glaube du hast gerade ihn zu oft imitiert Alter Jetzt ist er stinkig Ja Ich weiß Hätte ich sagen sollen Ich glaube ich nicht seinen Spruch Er ist echt stinkig Du weißt doch Rede besser nicht mit ihm Besser ist es ja Babidi Und hier seht ihr auch Was ich meine Hier ist so ein dicker grüner Rand Und hier ist so ein dicker schwarzer Rand Und der ist halt bei den Special Erst bei den neuen In Gold und geriffelt Ich hätte es euch so gerne gezeigt Aber ich glaube nicht Aber die Farben Erinnern mich auch an diese Dieses besondere Set Also mit den ganzen Majin Karten Wo gefühlt jeder Charakter Majin war Ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht Aber die beiden Hat mir noch gar nicht gezogen Nö Heute Nö Heute noch nicht Wir haben ein Babidi Wir haben Pflanzenmänner Sehr geil Alles noch nicht gezogen Man denkt Man hat schon alles gesehen Und dann kommt Dann kommt ein Vegeta Und dann kommt ein Vegeta Und immer eine neue Karte Mach mir Videl Also die kickt echt gern Die kickt echt gern Ja Okay Noch ein Drachi Und dahinter Piccolo Dahinter Ui Die Liederkarte Okay geil Das ist immer geil Also Die Liederkarten ist ja so Die normale Seite Ist nie Holo Sondern nur die Getrehte Die ist dann Holo Dann hast du auch im Spiel So eine Überraschung Denn du beginnst das Spiel Ja so mit der Karte Und kannst du dann Im Laufe des Kartenspiels Dann awaken Und dann sie dagegen Erst Oh du Angeber Die ist schön Aber es muss die Karte Mal kurz mal vorne legen Damit wir sehen was die Rare war Und Okay Lol Passt Aber was man echt immer gerne nimmt Sind die Liederkarten in Holo Die sind auch auf Dauer gesehen Immer gute wertvolle Karten Genki Dama Gönn uns Genki Dama Ich kann Genki Dama Gokuzin Bei der Wäne Ja Hab mich eh schon gewundert Noch keinen gesehen Ne Ist eine super Aber ich kenne das Oh da freut es sich wieder Guck mal der Rüßler Jetzt Jetzt Oh Ich glaube er hat Er hat dich in seine Falle gelaufen Oh nein Du wolltest ihn streicheln Das kommt dabei raus Ein negativer Dragon Ich mache Leute glücklich Wenn ich sie streichle Das ist doch schön Das ist dein Lieblingsziel Oh ja Immer mitten In die Fresse rein Fester Ja Und er steckt mit links Das ist mir auch sehr sympathisch Auch Janksi Gokko Komm schon noch Und wer geht da natürlich Oh ich den finde ich aber so toll Ja Ich finde die Haltung Und alles Ja wie eine Ballerina Das ist richtig geil Dann haben wir Uh Die finde ich gut Ich weiß nicht Seit ich die Auch beim Kartenspiel wieder Finde ich diese Shenron Dame Echt cool Power of Darkness Ja Die ist echt cool Die ist echt cool Auch wenn ich keine Toba hätte Wie gesagt Dann haben wir Was Noch ein Jiren Wow Lol Warum ich sage noch ein Jiren Das ja Müsst ihr wissen Auf jeden Fall Geile Karte Ich glaube das ist die teuerste Es war derzeit Sehr sehr geil Mit dem Gold Effekt Die gibt es leider nicht Als special rare Also es ist die einzige Krasse optische Jiren Karte Im Sektor Und er ist echt sauer Ah schön Schön Nehme ich gerne mit Nehme ich gerne mit Trosse Auf jeden Fall Ich weiß nicht Ob und was Wir jetzt noch ziehen können Als letzten Booster Bin echt gespannt Ich kann zwar nie merken Was jetzt typisch ist Wir haben noch drei Booster Packs Ja es geht leider am Ende Zum Namen Jiren Ja ich weiß Super C17 Und am Ende noch ein Go G Zart Diana Aber gute Dinge Denkst du jetzt hier noch was krasses Wäre schön Ich hoffe es einfach Oh stimmt Jiren gibt es auch Das Lieder Hat man auch nicht Hier dann normale Jiren Auch schon böse mit der Aura Und dann Awaken Ah ich denke Dass sie dann holen auch cool Ja Jiren geht immer Äh Ich hab mal Stapel Wir haben hier Majin Buu wieder Die Dame die verfolgt heute mich Sie 17 folgt mich aber auch Nehme ich mir langsam Sorgen Das gibt er doch oft Ja Majin Buu Also gibt es drei Charaktere Die es echt oft gibt Nehme 4 Wie geht das sehe ich die ganze Zeit Majin Buu C17 und Videl A.K.A. Great Simon 2 Wieder Videl Und Videl Teufel spricht Zum Götten Hier Rudigan Und Uh noch eine Liederkarte Perfekt Geil Das ist halt echt schön Trunksy wieder in Normal Und dann im Kampf kannst du Awaken zu dem Holo Trunksy Sieht sogar nicht schlecht aus So muss ich sagen Hm Ja Vor allem Wenn wir den Film nochmal zusammen schauen Ich finde Trunks ist in dem Film Auch echt sympathisch Ja bin gespannt Dahinter haben wir Ich muss es mal kurz verstecken Ui Lol Fanservice Wir haben dahinter Fanservice Sie hat mich immer an eine Harpje erinnert Ja Obwohl ich sagen muss Wenn ich das jetzt so ansehe hier Die hat gemacht die Möpse Ja Eindeutig Die sind rund Fake Wahrscheinlich ist das ein Mann Das ist fake Ne Wahrscheinlich hat es ein Mann gezeichnet Und was haben wir gelernt Männer können keine Brüste gezeichnet Könnte aber auch ein Mann sein Wir wissen es nicht Die Cockett Aus Universum 11 Also real Okay Leute Zwei Booster Packs Nach vorne ist das Booster einer Ich rubbel Rubbel Es geht immer zu schnell vorbei Es geht immer zu schnell vorbei Ich könnte wieder ein Humor der Booster Opening machen Das Humor der Booster Opening Man gefühlt auch zu schnell vorbei Wie geht da Wie geht da liebe Richtig Oh nochmal Hä den gibt es dreimal Krass Jetzt ist er noch glücklicher Ja Ja das war super glücklich Jetzt ist er super glücklich Tampion auch sehr cool mit Schwertchen Feier ich auch wenn es natürlich Eigentlich Link ist aus Letzten auf Zelda gefühlt Nein Nein Richtig Sagte mir Schau wieder Nein Schnauzmann Bruder Kralin Und die Holo Ist noch nicht da Wie denn Schon wieder Holo 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 Ah schon wieder Goku Goku Ich bin so übersättigt Ja Ich bin auch Goku Übersättigt Auf jeden Fall Dann haben wir Ja da ist er noch Genki-Dama S-Reya-Song-Goku Oh der musste noch sein Der musste auf jeden Fall sein Oh mein Gott Die Genki-Dama-Powerstar Das ist er von Der Box nämlich Den gibt es hier nicht Als irgendwie Special Oder so Den gibt es nur so Und so sieht er aus Ist schon geil Also den brauchen wir immer Aber dass ein Genki-Dama-Goku ist Muss er unbedingt mal Bei einem Legend-Opening Auf jeden Fall Der muss jetzt auch gefühlt In jedem kommenden Dragon Ball-Opening Dabei sein Ja Eigentlich immer Also tu ihn schon mal In den Ständer Eigentlich Was Welchen Ständer Wie die Dekin-One Karten Achso Echt schön Ja den fühle ich Der ist nice Genki-Dama-Goku Super rare Den braucht man Als echter Dragon Ball-Fan Das ist Rabbids Karte Jetzt aber noch was Im letzten Booster Pack Last Pack Gogeta Super Saiyan 4 Magic Es ist einfach Vorletzte Magic Jetzt gewesen Ja Ja vielleicht Ist noch was drin Wir werden es sehen Wir werden es sehen Immer dran beliefen Aber wie gesagt Wenn euch den ersten Teil Ehe angesehen habt Dann wisst ihr Ich bin auf jeden Fall Komplett zufrieden In dem opening bisher Ja Das einzige was mich nur stört Ich hätte euch so gerne Die neuen Karten gezeigt Und natürlich jetzt Ganz selber gesehen Also diese neuen Text hat Super rare Ah special Hätte ich selber gern gesehen Vielleicht sehen wir sie noch In Zukunft Ich hoffe es Aber letztes Pack Nochmals dann Gokas Leader Finde ich auch geil Muss ich haben Als holo Cheering Kann da noch was drin sein Oh die hat man auch nicht Lol Oh my god Ne hat man nicht Die nächste Aber so schwer Mal die Karten ziehen Die habe ich in Holos Sehr gut Tapir Lass mir die Flöte Was Äh Tikolo Das war eine normale Aussage Das war eine normale Aussage Wie hast du sie interpretiert Genauso wie du es gemeint hast Du sie interpretiert Ich meinte die Ocarina Ist das wieder traurig Ja Ich meinte die Ocarina Gut sind Der mit Trunks hier fusioniert Wie geht er nochmal Wunderschön Ich habe jetzt noch eine holo Oder Ja Holo Oh my god Es muss das sein Last Pack Magic Wehe Du schreibst irgendwas blödes In die Kommentare Also der braucht jetzt Einen Platz hinten Auf deinem Regal Alter Ein Reverse Allein wie angepisst Das passt Bin ich auch Vor allem das ist eine Rare sogar Reverse Oder Rare Mr. Satan Bitte lass dahinter Noch was besseres sein Nein Das sieht nicht Wann so ein bisschen besser aus Es ist schwer Es ist feier Last Pack Magic Is Mr. Satan Oh nein Das kann ich mir jetzt ewig anhören Hätte nicht Genki Dama im letzten sein können Nein Weil Mr. Satan Dein Blutsbruder ist Lol Leck Oh man Mr. Satan Aber wie gesagt Wir haben insgesamt richtig geil aus dem Display gezogen Ich wollte unbedingt Genki Dama Wir haben ihn Ich wollte unbedingt Eine Karte aus dem ersten Teil Haben wir bekommen Cheering auch sehr geil Eine richtig schöne Specialware Videl Unglaublich schön Gefällt mir sehr Ich dachte übrigens Das ist eine Rauchwolke Dabei ist das Bobo Witch Äh Ja Das hat man aber von Anfang an gesehen Ich dachte aber die ganze Zeit Das war so eine Rauchwolke Oh man Rabbit Dabei ist das Ich glaube es Bobo Witch Oder ja Mut kann mich unterscheiden Zumindest sage ich Ich nenne die immer gleich Ich habe das einfach als Rauchwolke interpretiert Hätte aber auch funktioniert So einen Boden reintreten Hätte ich gedacht LOL No no Rabbit No no Die beiden hier Auch ein merkwürdiges Duo Also wenn man sich die heutigen Karten anguckt Hat man so Ja aber okay Aber deswegen müsst ihr auch das erste Opening sehen Damit ihr die ganze Sache versteht Äh Ich bin happy Ewa da ist sicher happy Und ich denke mal Alle anderen Außer mir Sind auch darüber happy Kann ich mir vorstellen Deiner Ja Warum Lass uns doch ein bisschen unsere Freude Äh Freude am Leid des Rapids Ich verstehe Und wenn du dir Die Haare aufwachsen lässt Dann darfst du dir noch mehr Vergleiche anhören Er könnte mich alle mal stecken So Auf jeden Fall War eine geile Boosterbox Das neue Zeit Cross Spirits Macht Spaß Wir werden aber nicht noch ein Display aufmachen Weil ich und deine uns gar nicht haben Dass hier zu viele komische Sachen drin sind Die wir nicht haben Wollt Unbedingt ziehen Also zum Beispiel den Siamen hier Den will ich jetzt nicht aus einem 90 Euro Display rausziehen Sondern den kaufe ich mir Für gefühlt 5 Euro in ein paar Tagen Ähm Aber das will man nicht ziehen Aber wir brauchen Topo Topo aber auf jeden Fall Schnauzbarbruder Hätte ich auch gerne gezeigt Leider nicht gezogen Ja Aber diese Karten Wie gesagt Wenn wir sie in den kommenden Booster Openings Was wir von Cross Spirits noch aufmachen werden Falls wir sie da nicht ziehen Werde sie auf jeden Fall in Zukunft zeigen In meinen Sammlungsvideos Weil ich sie ja wie gesagt Nachkaufen werde So oder so Und dann bin ich schon gespannt Wie der Horror Effekt so aussieht Trotzdem ich bin zufrieden Mit dem Puls insgesamt am Display Ähm Und ja Deiner Danke fürs dabei sein Natürlich wieder Ja bitte bitte Link zu Deiner's Kanal In der Videobeschreibung Natürlich Schaut auch gerne vorbei Ich freu mich immer Oh ja Und lass mich nicht vergessen Dass wir jetzt immer diesen Genki-Dama-Koku Dabei haben müssen Ja Ich hab auch einen ganz besonderen Toploader Auf jeden Fall Leute Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Mittagabend So wie der Ende mal sagt Oder so Einen schönen Morgen Mittag Abend Nacht Wann immer ihr das Video schaut Oh man Lass mich mal gerne kosten Das Abo da Denn ich hab bisher alle Dragon Ball Displays Die es gibt Von Dragon Ball geöffnet Und auch so werden wir es weiterhin beinhalten Es gibt nämlich schon über 18 Sets glaube ich Das ist hier das Hauptset 14 Über 18 Set Alle aufgemacht Könnt ihr gerne auf der Endcard angucken Auch 100 Openings von Destroyer Kings Und Supreme Revival Könnt auch gerne reingucken Leute ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Haut rein Viel Spaß auf der Endcard jetzt Und Ciao Tschüssi Und ein riesen Dank natürlich auch an meine Top-Kanal-Mitglieder Ohne die unter anderem Die ganzen Videos gar nicht möglich wären Gold Rear Sharp Bruder Und Secret Rear Black XJ Und Rear-Mitglieder Black Soul Diana Und Xenoverse YouTube Vielen herzlichen Dank Willst du auch Kanalmitglied werden Link dazu in der Videobeschreibung Einfach reingucken Haut rein Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020